Hallo und willkommen zu diesem neuen Video auf meinem Kanal. In diesem Video werden wir mal die Auflösung von der letzten Verlosung machen und heute noch ein Bedrock auf Refugames verlosen. So, wir sind jetzt hier im YouTube-Brandom-Comment-Picker. Ich habe hier den Link von meinem Video. Und Stamm-V, holen Sie alle Kommentare. 35 Kommentare anfangen. Wer gewinnt diese Verlosung hier? Also die Auflösung der Verlosung. Gewinner, Hittag-Drageneye. G steht für Gönnen. Gönnen, habe nur ein GS. Da bin ich. Ja, du hast mich abonniert. Dann Glückwunsch. Hashtag-Drageneye-Cellable-16-Income-Name. Gut, da gehen wir hin. So, wir sind jetzt hier auf Cellable-16 angekommen. Gehen zu dein GS. Ja, das ist natürlich ein Fail. Ich habe nochmal nachgeguckt. Ich habe den Namen falsch angegeben jetzt. Weil das wäre... So, jetzt sind wir da. Weil das wäre ein bisschen doof gewesen. Happy Halloween. Bändempfang. Okay, geil. Du hast ein Spendrichter hier, das Drangeneye. Glückwunsch. Jetzt. Genau. Okay, Glückwunsch. Du hast gewonnen. So, und jetzt sage ich euch nochmal, was ihr für den Bad Rock tun müsst, um den zu gewinnen. Als erstes müsst ihr Hashtag-Verlosung, genauso wie es hier unten links steht, in die Kommentare schreiben. Dann müsst ihr Abonnent sein. Ich meine, Abonnent dieses Kanals müsste sein. Und dann Abos auf öffentlich stellen. Weil sonst kann ich nicht sehen, ob ihr abonniert habt. Und ihr müsst natürlich auch einen Spendrichter auf euren GS aufstellen. Ja, und das war es auch schon mit der Verlosung. Morgen kommt ein Halloween-Video. Bis morgen. Und ciao.